Du hast einen Traum. Also ich wäre gern Spielerfrau. Ihre Love-Stories sind bunt wie der Regenbogen. Er fing an wie so'n Delfin zu quiechen. Und dieses Schnuckelchen... Hier ist der Hugo für unsere 30 Eierlikörchen. ...ist wie der Topf mit dem Gold. Horatio, du sabberst. Boys, 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 bye! Deutschlands schnellste Datingshow. Take me out. Samstag, 22.30 Uhr.